So, die nächste, bitte. Also, viel Glück. Viel Glück. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, an deiner klassischen Technik musst du natürlich unbedingt weiterarbeiten, aber erst mal reicht es aus. Daher denke ich, es wäre gut, wenn wir es acht Wochen mit dir versuchen. Ein neues Leben fängt an. Das ist ein großer Augenblick für die Familie, für uns drei. Die Mädchen fangen schon mit dem Spitzentanz an, wenn sie zwölf Jahre alt sind. Du musst dich noch viel mehr anstrengen, sonst ist die ganze Sache ziemlich hoffnungslos. Du siehst gut aus, du streitst richtig. Zählst du denn immer noch die Tage bis zu deiner Hormonbehandlung? Ja. Wir werden die weibliche Pubertät so gut wie möglich nachahmen. Die Auswirkungen sind dann aber unumkehrbar. Das ist doch nicht kompliziert. Willst du ein Mädchen sein oder ein Kerl? Ein Mädchen? Also. Ich frage dich, wie es dir geht, weil du mir nie was erzählst. Deswegen frage ich dich, wie es dir geht. Vielleicht gibt es einen Grund dafür? Wofür einen Grund? Dass du mir nichts erzählst? Vielleicht, weil es mir nicht so super geht? Du willst es doch nicht aufgeben, oder? Oh nein. Na dann los, weiter. Ja, da. Stopp! Du bist auf einer der besten Tanzschulen des Landes. Du hast Ärzte, die sich um dich kümmern. Alles läuft unheimlich gut. Alles läuft super gut. Du hast ärzte, die sich um dich kümmern.